Hi, wir sind 4, und wir sind heute im Jumping Town. Und haben eine geile Session, aber nicht zu viel von uns. Und rein da! So, ich werde jetzt hier Doubleback auf der Bahn machen. Also ich werde Doubleback auf der Bahn machen, aber ich mache den erstmal hier, weil ich es hier sicherer finde, weil das Trampolin anders bei uns ist. Und deswegen rein da! Nice! Ich mache jetzt einen Doppel-Side und jetzt rein da! Nice! Okay, und jetzt mache ich einen Doppel-Side. Rein da! Lego! Juhuhu! Go! So, jetzt wird ein kleiner Double-Full gemacht. Let's go! So! Clean! So, wir haben jetzt Tomaten hier hingelegt und noch ein bisschen Hörnpfiff. Rein? Ja! So, ich mache jetzt als erstes einen Bayflip. So! So! Clean! Das wird ja gar nichts! So! 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 Ich hab ne Fehler geschrottet. Scheiße. Tut mir leid, stopp 3000, nachdem ich erfolgreiche Fehler geschrottet habe, probiere ich es jetzt nochmal, ohne Fehler zu schrotten, nochmal, tut mir leid, stopp 3000, also das Maximum an Federn rausbrechen, haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Ey, hör, den Back, den Backstiel, hör, guck nochmal. Ja, okay, das war's mit dem Vlog, die Kameraden 0%, tschüss. Ja. 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 Ja.